Der Konker brüllt, aber der Stein ganz normal schiebert. Wiesel! Ja, die sind so toll. Ja, ich mag die auch. Ich glaube, das ist der Party gewesen oder sowas, auf was die jetzt Filme und Spiele machen. Well, this is the fella. Ah, half me. Shove. This is the wise guy, that tried to steal my dough. What do you gotta say for yourself, boy? Um, what? Oh, hey. Hey Barry, how you doing? Hey! Do you know this tea leaf? Yeah, like I'd associate with a caveman. The broad does not seem to know you. Like, is it okay if I go to? I gotta go powder my nose. Get out of here. Wait, let's get back to business. I just got one thing to do. I'll be with you in a minute. People gotta show the appropriate levels of respect. When they step out of line, they can expect to be respected back. One of you guys is showing no respect. Who it is? I don't know. Could have been Frankie. Could have been... Chicho. Could have been... Polly. Don't you ever do that again to me! Oh, you know, you can have the money. In fact, I've got more money. You can have that too, if you want. Oh, no, what am I doing? You can keep the money. But you gotta do me a little job first. A job? Oh, yeah, cool. I mean, you know, I'm gonna have to... I'll have to consider it first. I mean, what is it? What I have to do? Good, good. I'm glad you accepted. Step this way. Okay. Here's the plan. We got ourselves a little problem. Fact. Several little problems. You already got the disguise, so that's that one covered. What else you need is one of these. It's called a bomb. These are the problem. Where they came from, I don't know. They seem totally out of place in this ecosystem. But they're here, and they're on my patch. So, what I propose that you do is use your disguise acumen. Take the bomb through here. Down here. Out of here. and drop it here. By the way, when that bomb goes off, I suggest you leave town. And if you don't pull it off, I suggest you leave town. Let's go to work. Oh, that's a bit too fast. Oh, that's a bit too fast. That's a bit too fast. Oh, yeah. That's a bit too fast. But you can do it. Yeah, of course. Chaka! Chaka! Unauffällig. Chaka! Chaka! Ah, I just got it very bad. Okay. You bitch. I mean, I don't have to try to move out. Let's try to move out. Okay. Success! Mission accomplished. Ich hätte mir jetzt wirklich kein Fehler hier erlaubt. Das ist ziemlich ausgemessen. Danach kommt es doch zum Rennen. Da wird es aber nicht mehr so gut ansichert. Das Rennen wird auch ansichert. Aber das macht wenigstens ein bisschen Spaß. Das wäre zumindest nicht das Rundpinke. Da kann er zum Glück am Rand entlanglaufen. Boah! Knapp! Knapp! Ja, klar, dass der Konker Angst hat an der Stelle. So, das schafft man. So, so weit, so gut. Oh, lech! Sieht man schon. Da musst du ja runter schmeißen. Ja, ist ja geschafft. Oh, lech! Und hier ist weg! Oh! Oh! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Die Glauber steigt. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Oh, okay, doch. Ich glaube. Ich habe eine Ahnung. Meinst du? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich probiere jetzt einfach mal was ganz dummes und springe über diese Beef Tenderloin Filets, die zum leckeren... Das wäre jetzt mal eine zweite Wahl gewesen. Beef Tenderloin. Richtig schönes, geiles Rindfleisch. Oh ja, rennen. Uh, rennen wird lustig. Äh, äh, wo können wir jetzt sein, dann? Oh, right, uh... Ah, ah... Huh? Mein Gott! Ich erkenne diese Geld. Oh, nein. So, what is the world coming through, when a squirrel can't even go through a dinosaur-themed world without getting mugged by a bunch of prehistoric brats? Hey, gib mir mein money back. What's the money? Moon, Moon! Huh? 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 Schuss! Fanny, Fanny, Fanny! Was ist denn Fanny? In der Conquer-Sworld! Okay! Ja, das Mann hier ist auch Fanny! Aber nicht so Fanny wie die Glücksbergs! So! Ha ha ha! Ich möchte ein Glücksberg sein! Was ist denn immer? Weil der Himmel ist zu klein! Was ist das so ein Kla- Hahahaha! Das ist gut! Hast du noch ein Spiel rein? Komm her! Mann! Oh, 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 oh. Mit Schokolade, oder? Ja. Echt. Hi. 500-Hörei. Ich glaube ich fahrts auch mal rechts, und nicht links. Immer dieser dumme Berg. Ja, ja, aber immer gerne. Hat's natürlich schon machbar. Ah! Pfff! Oh! So! Da war Schuss. Da lag schon wieder Schuss! Da lag schon wieder Schuss! Da lag schon wieder welche! Ja! Der ist schnell! Ja! Nice! Oh! Ich wollte ein Schockle! Oh ja! Ich hätte den fast kappt! Kapp! 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 Sehe ich schon geschockt! Kapp! 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 Kapp!